Hallo liebe Fußballfreunde, Thema SSV Ulm, 3. Liga 2023-2024, 37 Spieltag. Brosia Dortmund 2 gegen SSV Ulm, 1 zu 2, Startelf von Brosia Dortmund 2. Atil Rekove, Hechtwech, Ebrawein, Elokho, Jobo, Besong, Startelf von SSV Ulm, Otto, Gal, Dajach, Stumpf, Stolbrand, Akad, Rosch, Schesa, Hichel, Jan. Das war's von Brosia Dortmund 2 gegen SSV Ulm, 9 Uhr 14.